Und wir sehen von TT Dragons einen sehr verhaltenen Aufbau. Und der Go in die Mitte ist einfach mal so von Alternate und Felix macht dann wieder 3 Frakes. Und der ML kommt hinterher, Felix mit 4. Ernsthaft? Felix, boah, alter, was du heute für Eltern machst, Junge. Großartig. Das ist das GG. Alternate gewinnt hier gegen die TT Dragons mit sagenhaften 16 zu 8. TT Dragons, weiterhin der Fluch auf Terrorseite, die Inferno. Wir sind gleich wieder da mit dem nächsten CSS-Match. Bis gleich hier auf MaseTV. Stay tuned. Bis gleich hier auf MaseTV.